Schon zu jener Zeit gab es nicht nur Menschen, die von Freiheit träumten. Es gab auch immer jene, die sich diese Freiheit nahmen. Dieses Leben am Rande der Gesellschaft, losgelöst von den Fesseln des alltäglichen Lebens, der Moralvorstellungen anderer, dem Diktat und der Willkür der Oberen, hat einen Preis. Den nicht jeder bezahlen kann. Diese wenigen taten alles Erdenkliche, ungeachtet ihres eigenen Lebens, um wahrhaftig frei zu sein. Es gibt Dinge, die für einen Mann schlimmer sind als der Tod. Die Wurzeln der Schiff Und die Kürze Das ist die Kürze Das ist die Kürze Und die zwei Das ist die Kürze Und die Kürze Und die Kürze Das war's für heute. 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 Das war's für heute.